Ich bin Marion Bühl, wir sind BSR. Ich bin Energiemanagerin der BSR, also ich rechne Energieeinsparungen aus und ich arbeite hier seit Februar 2014. Das Stadtbild wird von der BSR geprägt. Immer wenn ich irgendjemand erkläre, wo ich arbeite, sage ich, ich arbeite bei den orangenen Mülleimern. Die kennt ihr sicher. Und dann sagen alle immer, ah ja. Die BSR ist eines der größten Unternehmen Berlins und verbraucht dementsprechend auch viel Energie. Ich würde gerne diese Stadt energieeffizienter machen. Weniger Energie für mehr Spaß.